Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Beginnen tun wir mit einer großen Partnerschaft, einer langjährigen Partnerschaft, wie sie es angekündigt haben, zwischen der amerikanischen Profi-Liga im American Football NFL und dem großen Social-Media-Dienst TikTok. Ja, wer dachte, TikTok ist immer noch für Kinder und man beschäftigt sich nicht damit, obwohl die immer nur am Wachsen sind? Ja, der wird jetzt eines Besseren belehrt, denn die Sportfans sollen angesprochen werden in der Zusammenarbeit. Es wird einen offiziellen NFL-Account auf TikTok geben. Es gibt auch schon einen gebrandeten Hashtag, ReReady, denn die NFL startet jetzt auch in ihre hundertste Saison. Und zum Kick-Off beim ersten Spiel wird es halt auch mit dem Hashtag ReReady eine Aktion geben. Also, wenn ihr NFL-Freunde seid oder TikTok, guckt es euch mal an. Es ist auf jeden Fall spannend, was generell auf der Plattform so alles passiert. Der Musik- und Podcast-Dienst Pandora, in Deutschland ja eher unbekannt, der hat jetzt auch ein Feature präsentiert, was zum Beispiel die Konkurrenz von Spotify schon seit über einem Jahr hat. Und zwar das Teilen von Musik und Podcasts, die man gerade hört, in seine Instagram-Story. Ja, mehr gibt es dazu auch nicht zu berichten. Ich mache das ab und zu mit Spotify. Ja, das ist es auch. Die Online-Bank Bunk, B-U-N-Q, kennt vielleicht nicht jeder, sind relativ populär geworden, weil sie auch relativ früh Apple Pay dabei hatten, ist eine europäische Online-Bank. Die haben jetzt einen neuen Satz an Features vorgestellt. Das sind also ein paar Sachen. Aber ganz interessant finde ich die Slice-Groups. Das ist praktisch eine virtuelle Gruppe. Wenn man gemeinsam unterwegs ist und alle eine Bunkkarte nutzen, dann werden die ganzen Ausgaben in dieser Gruppe zusammengefasst und man sieht, wer was bezahlt hat. Also da wird jetzt nichts verrechnet. Das ist mehr so ein Buchhaltungstool für Freunde, die unterwegs sind, damit nicht einer eben wie immer die Rechnung bezahlt. Finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Blöde ist natürlich, alle müssen die Bunkkarte benutzen. Ansonsten gibt es noch ein paar andere Sachen in Richtung Steuern und auch wie die Ausgaben analysiert werden. Falls es euch interessiert und ihr Bunknutzer seid, dann guckt euch das doch einfach mal an. Wo wir vorhin von Pandora geredet haben und ich habe gesagt, dass Spotify schon länger das teilen kann, was es mittlerweile auch in die Facebook-Stories kann. So hat Spotify aber auch letztens das Widget auf Android entfernt, was Android-Nutzer schön im Homescreen integriert haben konnten, um dann ganz einfach mal schnell Musik vor und zurück zu steuern. Ja, da gab es einen großen Aufschrei und Spotify hat reagiert, hat gesagt, das Widget wird zurückkommen, schneller, besser, schöner und man schätze das Feedback der Community. Ja, fragt sich jetzt, ob das wirklich das Feedback der Community zurückzuführen ist oder ob die einfach Schiss hatten nach dem Aufschrei. Auf jeden Fall schön, dass sie reagieren, wie ich finde. Und letztes Thema für heute, Firefox 69 ist endlich da. Ja, nicht die erwachsene Variante von Firefox, sondern einfach die neueste Version mit ganz vielen neuen Features und das große Feature ist dann der verbesserte Tracking-Schutz, der automatisch als Standard gesetzt ist und so bekannte Tracking-Cookies von Drittanbietern einfach mal blockiert und euch einfach ein bisschen mehr schützen sollt. Ansonsten, auch hier, wenn ihr Firefox-Nutzer seid, lest euch doch den verlinkten Artikel in den Shownotes durch, dann wisst ihr, welche Features da alles drin sind, die für euch interessant sein könnten. Und wenn ihr noch kein Firefox-Nutzer seid, überlegt doch mal, ob ihr es einfach mal ausprobieren wollt. Ich habe ihn letztens installiert und wollte das auch machen, habe ihn dann doch nie benutzt. Ich bin Chrom-Nutzer. Ja, und das war's dann auch. Ich wünsche euch einen guten Start in den Mittwoch. Bleibt positiv. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Berlin und wir hören uns dann morgen wieder. Hört mehr Geek Talk.